ja guten Tag Freunde und sehr herzlich willkommen zu Klisch Royale zu Klisch Royale endlich mal um ich habe eine Karte bekommen um nur ein paar Magen ach so ja ich habe mich dazu entschieden mal was zu machen denn es gab ein update diesen duo kampf und der geht noch sechs tage 15 stunden was ganz geil ist also feiere ich immens ich habe eine weile im stream gespielt ich bin auch für level 8 nicht jetzt nicht so hoch aber das wird schon noch deck habe ich das dass ich immer habe ja gut wir öffnen erstmal kisten und dann gehen wir doch mal in den dual kampf denn ich bin ja mal gespannt wie das ausgeht so so jetzt öffnen wir diese kiste hier noch wunderbar wunderbar und wunderbar so der öffnen wir hier schon die nächste so und jetzt geht's los nice ok ich bin echt mal gespannt wie das aussehen wird ich bin echt mal gespannt wie das aussehen wird ok ok ich bin echt mal gerne mit zwei könige holen steht das ist schon mal sehr gut aber was für eine hohe liga bin ich bitte gekommen war hallo ist mein erstes match hat im duo ich möchte das nun mal erwähnen dass ihr bescheid wisst für uns sieht es aber jetzt nicht so geil aus gott tatsächlich der wird auch den turm jetzt holen ist holy crap ja das ist jetzt natürlich sehr ungünstig gewesen da ich euch wie es ist das auch sehr doof dass er jetzt die tonne da gesetzt hat ja geil es wird er mit einem tornado zurück meinen drachen gut kann man machen so also ich bin echt mal gespannt ob wir das wort noch umreißen können okay ein gutes gott gleichstand das ist doch schon mal was so weit mit dem machen wir jetzt erstmal also versuchen wir zumindest müsste auf jeden fall easy gold klappen gar kein problem das war jetzt mal hier auf der brücke die drache ist dann auch schon tot das ist wirklich gut wirklich bis daran habe ich jetzt nicht gedacht so der macht den und dann renten renten ja die renten an darüber das hat natürlich gut geklappt körper so war dann mal so und das finde ich gerade nicht so gut dass sehr das sehr verlogen da ist aber gut das ist gut geklappt das hat sehr gut geklappt die spielen die ganze nur mit kobe karten der ernst oder was ja das wird aber auf jeden fall wir kommen auf jeden fall es könnte klappen aber die holen jetzt natürlich den zweiten turm das ist natürlich jetzt nicht so geil das ist natürlich richtig mies so wir können uns jetzt natürlich darauf auch halten so k.o. krone k.o. wunderbar so gut das ist natürlich jetzt sehr ungünstig sie können das werfen ich nicht das ist doch doof haben wir alle dabei oder was ja verlieren schon mal erst mal das kann passieren weil ich kann mich jetzt nicht mit dem modi aus und wusste jetzt nicht kann auch am gegner liegen halt auch so ne deswegen also ja erstes match finde ich aber dann trotzdem in ordnung also erstes match kann man auf jeden fall jetzt nicht viel sagen vielleicht naja ok ist das war's ja gut gutes spiel ja ich kann nichts anderes sagen so wie hat mir auf jeden fall bock gemacht ja ich hoffe dass sie es auch einbauen warte mal freund einladen achso wenn man natürlich ah ne warte mal clan teilen es geht das geht oder was spiel ich mit nem clan mitglied oder was ja jetzt spiel ich ok spiel ich mit meinem ähm mit meinem clan mitglied geil das ist cool ja das ist natürlich jetzt sehr ungünstig was da gerade ankommt ach gut das ist doch gut ich sammle jetzt erst mal meine elixier dann bin ich mir jetzt echt mal gespannt wie das abgeht doch wir nehmen die mal so so zweimal drache ich bin mal gespannt oh der turm der frisst jetzt aber richtig läuft ach der jetzt stimmt ja ist jetzt muss ich warten aber jetzt ist es kommt die armee ach 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 das finde ich wird gar nicht sozial aber mal kann ich auf jeden fall was gegensetzen ja geil genau ein tornado zu setzen ist natürlich auch gut warte mal so ah ok die drachen die schaffen das auf jeden fall weit so hin aber gleiche idee das läuft okay das hat sogar funktioniert das cool das ist mega eröffnen wir noch die tour und ich denke dann war es das für die erste folge clash royale wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt freuen wenn ihr dieser folge einen daumen nach oben gibt und dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video clash royale zurück bis dahin und ciao